Musik Mit einer solchen Nachricht hat im Umfeld des mitteldeutschen Basketballclubs niemand gerechnet. Publikumsliebling Sergio Kerusch ist an Krebs erkannt. Aber der Deutsch-Amerikaner nahm die schwere Prüfung an und begeisterte Fans und Mannschaft mit seiner positiven Einstellung. Grund genug für den Fanclub Wolfspack Supporter, ihm etwas zurückzugeben. In Abstimmung mit Kerusch wurden Armbändchen mit seinem Hashtag und Trikotnummer hergestellt und am ersten Spieltag für einen guten Zweck verkauft. Der Andrang war groß und am Ende des Spiels waren die Bändchen bereits vergriffen. Nun konnte der Erlös immerhin 2000 Euro an den Verein zur Förderung krebskranker Kinder Halle e.V. übergeben werden. Gemeinsam mit Sergio Kerusch überreichte Ronny Bendorf vom Fanclub den Scheck an eine Vertreterin des Vereins. Eine tolle Aktion und nicht nur alle MBC-Fans hoffen, dass Sergio bald auch wieder auf dem Parkett steht. Musik Musik Musik